Was ist mit dir? Vergiftet. Was? Wenn ich Ihnen einen ernst gemeinten Rat geben darf, verschwinden Sie. Es gab in der Galerie einige Kopien mit Bezug zu den Tempelrittern. Ich bin schneller bei der Polizei, als Sie denken. Zahlreiche Absehnlichkeiten aus dieser Zeit sind damals verloren gegangen. Liebe FlossenTV-Freunde, das war unser Trailer zum bevorstehenden Film. Der Film ist in vier Teile aufgesplittet und die Erscheinungstermine findet ihr gleich hier unten. Jetzt seid ihr an der Reihe, unterstützt uns und teilt dieses Video auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Verwendet gerne den Hashtag Flossenfilm und helft uns, dieses coole Projekt durch die Decke gehen zu lassen. Puuuuh! Verwendetối dafür.